Oh mein Gott, habt ihr schon mitbekommen, dass man 50.000 Euro gewinnen kann, wenn man die Munde Müllermilch findet? Deswegen bin ich los und hab jetzt einfach ganz, ganz viel Müllermilch gekauft. Wenn ich die 50.000 Euro gewinne, dann werde ich die natürlich spenden an eine Tierschutzorganisation. Ich hab gesehen, dass es so einen Trick gibt, dass man das Ganze abwiegen kann. Deswegen hab ich mir jetzt erstmal ganz viele Flaschen geschnappt und hab die abgewogen. Die Leute haben mich so komisch angeschaut, Leute, aber ich sag euch, wenn das funktioniert... Und dann war wirklich bei der einen einfach 3 Gramm schwerer als die anderen. Und Leute, ich bin so aufgeregt, dass das hier wirklich die 50.000 Euro enthält. Was würdet ihr mit 50.000 Euro machen? Schreibt das mal in die Kommentare. Hier bin ich dann nochmal so ein bisschen durch den Rewe gejumpt, weil es halt einfach super süß aussieht. Schaut mal, wie viel Müllermilch ich gekauft hab. Natürlich hab ich das Ganze auch noch bezahlt. Also es ist keine Kooperation oder so. Ich hab einfach so viele gekauft. Und in Part 2 machen wir dann das Ganze zusammen auf. Ich bin so aufgeregt.